Wir sind am 22.04.2022. Es ist dort wieder ein Spatz. Wo haben wir jetzt das gesehen? Das machen wir so regelmässig. Schnabel anputzen. Vorhin sind noch ein paar, ah, dort sind es die Schwalbe. Der Spatz ist dort. Das ist aber dort näher. Da oben ist der Spatz. Da oben. Das ist so schnell. Da oben ist das Gebaje. Das ist so schnell. Da oben ist das. Also da oben sind. Pulsier. Das ist nicht so schnell. Vielen Dank.